Fast 700.000 Schweizer leben im Ausland. Oft getrennt von Freunden, Familie und Partnern. Auf einige wartet die grösste Überraschung ihres Lebens. Heimlich organisiert von ihren Lieben aus der alten Heimat. Sie sind Überraschungsagenten auf der Mission Surprise. Mission Surprise ermöglicht durch Swiss mit ihrer Aktion Seeds for Switzerland. Ich würde einfach gerne umarmen können. Er ist für mich die Familie. Es ist außer meinen Jungen keine Familie. Für mich ist es meine beste Freundin ganz fest. Die Sendung führt Jasmin auf Windhoek. Genau. Vanessa, willst du überraschen? Stimmt das? Ja, für die Jasmin bin ich da. Ja, ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Geniessen Sie seinen Kanal mit Besuch. Ich will mal. Das ist ja wahnsinnig. Das ist so die Überraschung aus der Schweiz. Haben wir eine Überraschung für den? Okay. Wir haben eine Überraschung. Unbedingt. Okay, so gut. Lass es ab, lass es ab, lass es ab. Okay. Okay, okay. Die wird wirklich so gefallen. Es ist wirklich so faszinierend. Und der Eindruck hat. Oh, das ist Luhana. Oh, das ist Luhana. We love Luhana! We love Luhana! We love Luhana! We love Luhana! Jetzt bist du bereit. New York! New York! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! No! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Mission Surprise ermöglicht durch Swiss mit ihrer Aktion Seeds for Switzerland.